Frau Dr. Traut, im vergangenen Jahr sind Sie gegen den Strom geschwommen, als Sie gesagt haben, der DAX wird im Mittel bei 12.300 Punkten enden 2018. Sie haben gesagt, es könnten auch 10.500 sein. Also Sie waren die Pessimistin in der Reihe der Volkswirte. In diesem Jahr, genau das andere Extrem, alles redet vom Crash. Sie sagen, es geht wieder aufwärts. Wie kommt es? Ja, es ist im Moment so, dass es viele Herausforderungen gibt. Es gibt den Brexit, wo nicht klar ist, ob es am Ende einen No-Deal gibt. Es gibt Italien, die sich zieren, an ihrem Haushalt zu arbeiten. Es gibt Trump, der sich mit dem chinesischen Staatspräsidenten zofft. Und es gibt hier und da und überall. Aber viele von den Dingen werden sich im Laufe des Jahres 2019 lösen. Wir erwarten Basisszenario, dass es einen Deal gibt mit Brexit. Spätestens nach den Europawahlen Italien auch einlenken wird. Ein wichtiger Faktor, der derzeit fallende Ölpreis ist wie ein Konjunkturstimulus. Und wenn auch unsere Annahme der Euro steigt, ist das für die Importeure noch mal eine Vergünstigung des Ölpreises, sodass der Konsum weiter als Treiber bleibt und natürlich auch der Bausektor. Das heißt, im aktuellen Jahr 2018 ist es schwierig, aber im Laufe des Jahres 2019 wird es wieder besser. Nun haben Sie Ihren Szenarien Themen gegeben, die alles rund um Fitness beleuchten. Und Sie haben gesagt, das, was die Beweglichkeit von Volkswirtschaften ausmacht, das ist der Schuldenstand. Der soll, wenn man Ihre Prognosen liest, steigen. Auf der anderen Seite haben Sie auch, zumindest für Deutschland ausgemacht, dass die Investitionsrate immer noch ungenügend ist. Wie soll da Wachstum zustande kommen? Also Wachstum wird, ich nenne es jetzt mal die altmodische Variante sein, nämlich so wie die meisten sich Fitness vorstellen, nämlich nur Muckibude, schnelle Impulse, also fiskalischer Stimulus. Also wenn ich es normativ nenne, würde ich sagen, wir brauchen gar nicht so viel Wachstum. Arbeitet an der Beweglichkeit, arbeitet an der Langfristigkeit, mehr investiv, weniger konsumtiv. Aber in 2019 entscheidet man sich tatsächlich eher für konsumtive Ausgaben. Da gibt es ein bisschen Doping hier, ein bisschen Doping da. Und dann haben wir ganz schnell Wachstum. Nun ist es so, an der Börse gibt es den Begriff Dead Cans Bound. Das bedeutet im Prinzip, nach einem kurzfristigen Wachstum geht es dann mal richtig bergab. Wie groß ist die Gefahr? Also wir haben auch ein Negativszenario. Das heißt in diesem Jahr Notaufnahme. Da kommen gerade diese Risikofaktoren aus der hohen Verschuldung. Weil klar wird, die Länder wollen nicht. Und die Impulse kommen nicht, weil weitere strukturelle Belastungen kommen. Dieses Szenario hat eine Wahrscheinlichkeit von 20 Prozent. Unser Hauptszenario immerhin 70 Prozent. Und es kann ja auch noch besser werden. Das heißt mit einer Wahrscheinlichkeit von 80 Prozent wird es ein relativ gutes Jahr. Relativ gutes Jahr kann man auch ablesen an Ihrer DAX-Protoknose. 13.200 Punkte sagen Sie voraus könnten am Ende des nächsten Jahres beim DAX stehen. Sie haben, wie gesagt, das große Thema Fitness. Was braucht es an Fitnesseinheiten, damit es so weit kommt? Also wir brauchen gar nicht so viel. Was wir brauchen ist tatsächlich einen fiskalischen Impuls. Und für mich ein ganz wichtiger Faktor ist der Ölpreis. In Deutschland wird auch die Beweglichkeit etwas zunehmen, weil der Schuldenstand weiter sinkt. Weil mit einer Wachstumsrate von 1,5 Prozent und die Schulden nicht im gleichen Ausmaß steigen, dann geht der Schuldenstand im Verhältnis zum BIP sogar runter. Vielen Dank. Gerne.